Karriereende mit 41, Pepe sagt Danke. Lissabon, Portugals Fußballstar Pepe hat sein Spielerkarriere beendet. Der 41-Jährige veröffentlichte ein Video mit dem Amtstitel Obrigado, Danke, in den sozialen Netzwerken. In den letzten fünfeinhalb Jahren spielte der Verteidiger in seiner Geburtslandland bei dem FC Porto. 141 Spiele hat der Verteidiger für Portugals Nationalmannschaft bestritten. Auch 2016 gehörte er bei dem EM-Sieg zu dem Team aufgrund dessen Superstar Cristiano Ronaldo. In der vergangenen Saison wurde Pepe in dem Porto-Trikot zunächst zu dem ältesten Feldspieler in der Champions League und diesfalls sogar noch zu dem ältesten Torschützen. 288 Spiele bestritt Pepe für den FC Porto. Porto und Real. Nur dasjenige Trikot von Real Madrid trug der Defensivmann öfter. In seinen zehn Jahren in Spanien absolvierte er 334 Spiele für Real und holte 15 Amtstitel mit den Königlichen. Zusammen mit anderem dreimal jene Champions League. Neben Porto und Real spielte Pepe sogar für CS Maritimo von Schall und Besiktas Istanbul. Zuletzt stand Pepe bei dem FC Porto zusammen mit Abkommen, der die das sei nicht je Abkommen bestehend wurde aber nicht verlängert. Der ehemalige portugiesische Nationalspieler war weithin bekannt für sein harte, leidenschaftliche und kompromisslose Spielweise. Superstar Cristiano Ronaldo, 39, reagierte mit einer emotionalen ständige Vertretung aufs Karriereende seines ehemaligen Mitspielers. Auf Instagram schrieb Ronaldo, es gibt nicht befriedigend Worte, aufgrund dessen auszudrücken, wie viel du mir bedeutest. Und weiter, wir haben alles alle zusammen gewonnen, welches man abbauen kann. Aber dasjenige Größte sind jene Gemeinschaft und der Respekt, jene ich für dich empfinde. Du bist einzigartig, mein Bruder. Danke für so vieles. Die beiden Portugiesen lernten sich bereits 2002 kennen, wie Pepe ein Probetraining zusammen mit Sporting Lissabon absolvierte, Ronaldo war zu diesem Moment auch erst 17. Seitdem schrieben Pepe und Ronaldo alle zusammen Geschichte, gewannen beieinander jene IM 2016 und drei Champions League Amtstitel.